hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von der heiko 666 und heute spielen wir let's play skype also dann gehen wir erst mal auf den ordner chat programme zumindest bei mir dort habe ich das spiel nämlich skype drinnen also skype wird geöffnet und wir warten ab so wir müssen warten bitte bis es sich öffnet es öffnet sich und so also und da sind wir schon im spiel wir sind schon im spiel wir sind im spiel wir sind im spiel wir sind im spiel wir sind im so also dann ja hier sind so typen mit grünen personen ich glaube das sind kontaktpersonen und da rufe ich gleich mal die erste kontaktperson haben müssen bloß warten müssen warten müssen mal etwas gucken so und also also da sind wir jetzt bei der ersten kontaktperson und wir müssen jetzt warten bis er uns eine quest gibt so also wie macht man das wie macht man das mit den quests hallo meister gib mir eine quest so jetzt müssen wir warten auf eine antwort von wem ich habe meister verstanden der meister kann reden du musst mir eine quest geben geben sie ja was soll ich die maul maul run an ok ok wartet er wartet wort ok also der quest meister hat mir eine also beziehungsweise der meister hat mir eine quest gegeben und zwar die quest dass ich jetzt wann an maulen soll also mit was soll ich ihn an maulen ist mir ok ok ich hab die quest erfüllt so also dann sind wir hier mit der kontaktperson fertig also da muss ich jetzt die nächste kontaktperson anrufen ah nein ich glaube ich habe ich glaube ich habe das spiel fertig woher weiß die kontaktperson meinen namen oh gott jetzt habe ich angst vor dem spiel das war der heiko 666 wir sehen uns beim nächsten mal tschüss